Da kommt fast Kotze mit hochrollen Und in dem Sinne, Willkommen zurück bei Strange Brigade Wir kotzen rum und Ist das dein scheiß Ernst? Alter, wer wiss nicht? Ah! Ob ihr dumm seid Ja, ok Let's go! Haltet mal den Dödel ranhalten Lauf die Scheiße aus! Oh, ich gönne mir mein Mana Mana Kann immer noch nicht upgraden Ja, weil ihr scheiße seid Weil ihr zu wenig Rätsel macht Wie läuft's mit dem Street-Weg? Ja, da war nix mehr Oh Das ist ja ganz secret, du Neffe Ja, was ist denn los, Alter? Bailando, bailando Ich würd da weggehen, Mr. G Amigo sagt, jo Warum denn? Ach so Wer schmeißt denn da hinten schon wieder was hin, ey Wer könnte das nur gewesen sein, wenn ich das sage Mann, Mann Dennis Das ist ja ganz komisch Gib mir eure Seelen Vorher den Kristall, der macht Rätsel Ja, ja Das hat sich natürlich gelohnt Ja, voll Scheiße Joks Scheiße Joks, ich muss saufen Saufen Laufen oder laufen? Laufen, laufen Hier ist ne Truhe Weißt du wie ich aussehe, Alter? Wie Ash? Was Ash versus Evil Ja, ich weiß, ich seh aus wie ein Bauer Aber ist cool Du siehst aus wie ein Arsch Weißt du was? Nils mit Z Hält doch einfach deinen Maul Ja, genau Nils mit hässig Z Ja, weiß, Nils, weißt du was richtig cringe ist? Ihr Wenn man seinen Namen mit Z hinten schreibt, Alter Alter Das ist ja echt cringe Ich hasse euch so doll Schreibt mal alle bitte in die Kommentare, ob Nils nice klingt oder scheiße Nein, Nils mit Z ist scheiße Es klingt nicht nice, aber es ist einfach ein Insider Das ist ja auch nicht cool Ist mir egal was ihr wollt Das ist nix Nix ist das Magic in eure Fresse Ja, das Tor ist offen Oh, oh, oh Eieieiei Aber der cheatet Das ist doch nicht cool mit Parkur Wenn man hier sich einfach beamen kann Puh Mach ihn weg, ey Wo ist er? Mach ihn weg Hier, Mach ich weg Den Mach ich auch weg Wo habt ihr die Truhe der Vergeltung denn da gefunden ZACK! Junge, bum bum, tschüss, tschüss, bum bum, money, money, ah cool, oh nein, oh da ist noch einer, hallo, ey, ich hab Bauweh, alter, sehr schön gemacht, Joke, ihr seid die besten Treasure Hunter in der Welt, Geht so, ne? Jetzt auch noch was, wir müssen irgendwas durchheaten, wo denn? Oh ja, sehr gut, Dynamite ist gut, oh, da war ich hier wieder so Schatztypi, miau miau, miau miau, ich hab Harthors Messer gefunden, ich hab sie weg gelasert, tut mir leid an allen Katzenliebenhaber, schon okay, ich hab den Weg erhielt, Habt ihr auch den Weg erhielt? Ja, hat was erhielt? Ich hab den Weg erhielt. Guck mal, du bist ja voll der Heller. Das einzige, was ich erhielt hab, ist mein Anus, ey. Kann man sich hier irgendwie durchquetschen? Ja, jedes Mal, wenn er rennt, muss ich die Geste machen, ey, das ist einfach viel zu geil. Ah, I'm dead, I'm dead! Ach, Cardo, Alter, warte, ich komm. Warte mich, Alex. Wirst du denn, Alter? Ja, was sind denn überhaupt der Figur? Oh, Schese, Leute. Warte, ich glaube, wir haben das saufen. War ich da drinne? Ich weiß doch nicht, was du da machst. Was sollen das? Was versteckt sind sie mich da rein? Ein bisschen wie ein Schinskratcher, ey. Ha, ha! Alex hat ein Riesel gelöst, er gefunden, Manni. Warte, 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 jetzt müssen wir aber schlau sein, bitte. Oh, was das denn? Auf den kannst du auch? Junge, die Strarabeos töten, I wanted. How I come, oh, wait. Nils, hol uns. Ihr seid alle tot? Warum seid ihr alle tot? Ja, hör doch mal zu! Warum seid ihr tot? Ey, das ist, als würde ich mit einem Bot spielen. Ja, ist so. Ist das halt echt. Ich verstehe, ich verstehe, ich mache mich auch nicht wundern. Lauf mal schneller. Nicht zu mir kommen, Alter, ich mache das Rätsel hier alleine, Herr Düdel. Hallo, da oben liegen wir. Bist du mich dahinter, oder? Ich spiele mit zwei Bots. Halt dein Maul, soll ich euch helfen oder nicht? Alter. Digi, sorry, ich habe so viele Heal-Potion gesoffen. Geh, Pusche. Alex, du bist stupid. Ey, auch immer Nils, du Depp. Ich habe nichts gemacht, ich habe nirgends weitergekriegt. Natürlich, ich habe gesagt, lauf nicht zu mir und du rennst einfach los. Oh, du bist so dämlich. Dann mach es einfach nochmal. Nein, geht doch jetzt nicht mehr. Was, das rät, äh, klar hier. Das geht jetzt nicht mehr, Nils hat das gerade kaputt gemacht. Hä, wieso geht das nicht? Ja, weil es immer noch nicht. So, jetzt. Hör auf jetzt. Oh, Nils! Ach so, du hast da gar nicht drauf, wenn ich dachte, du hast auf die leuchtenden Dinger nicht rauf. Du musst das Rätsel aber verstehen, was da hinten ist, vielleicht an der Wand. Mann, ey. Jetzt verstehe ich, verstehe ich. Danke. Ja, halt die Klappe. Ich muss mich konzentrieren. Und Hör auf Granaten zu schmeißen. Hä, du musst jetzt zum Piepmatzen. Der Piepmatzen ist von dir aus ganz hinten rechts. Ja, das geht doch nicht einfach so. Du musst das nochmal hier ein bisschen, ne? Ah, ich sehe es. Ja, ich habe es verstanden, Alex. Ich habe es verstanden. Ja, ich sehe jetzt nichts. Oh, Dennis, Alter. Dein Dynamit, ey. Das geht immer so heftig ab. Oh, den hat der Scheißvogel. Den hatte ich jetzt gerade. Dann haben wir noch den Löwen. Warte aus, links kannst du gehen. Nein, warte mal, warte mal ganz kurz. Du kannst da, da und dann nach links gehen. Nein, kann ich nicht. Genau, andersrum muss ich nämlich. Jetzt warte mal. Du bist dumm. Nein, du, ey. Nee, jetzt wirklich, wenn ich jetzt ein Redsburg würde, ne? Ich hätte ja von hinten einen gegen den Kopf geballert. So. So, und der Löwe siegt. So, ja. Warum das keine, auf die sich zeigt, das Ding, da geht. Ich habe noch einen, der Boffin und der Brigade. Ich habe alles, aller. So, man, hier habe ich, ey. Um wen einsperren? Hey, mach mal. Ah, na. Das hätte so witzig gefunden, ne? Das war klar. Hier, komm. Unheimlich. Unheimlich. Unheimlich witzig. Ja, die brauchen aber Zeit. Da kann man vorher weglaufen. Jetzt, lass mal das Rätsel machen, Leute. Aber Dennis, wie lösen wir das hier? Guck mal. Also, wir wollen da unten hin. Das heißt, ich mache den hier erstmal so. Dann muss der definitiv so. Dann muss der so. So. Den würde ich dann so rummachen. Hm. Ein kleiner Tipp für alle Leute, die gerade zugucken. Solche Rätsel löst man immer am besten, wenn man von hinten anfängt. Ah, immer von hinten. Tatsächlich ist es echt ein Exo. Das funktioniert immer am besten. Wow. Ah. Kommt da jetzt rein. Seid von außen. Ah. Dennis, bist du da? Ich komm da. Lass mal auf, mich versuchen, umzubringen, du Asch. Das ist deine Hauptaufnahme. Wie sagst du? Ich würde sagen, eigentlich bist du hier der Moderator-Voy. Habt ihr das Rätsel da hinten auch gelöst, Leute? Digga, du laberst so viel Scheiße und schreit so viel rum. Was soll ich denn da großartig sagen? Einfach Maul. Das kann man sagen, ja. Das ist meine Hauptaufnahme. Ich halte nicht mein Maul. Nee, du zu mir, Alter. Meine Hauptaufnahme. Du zu mir sagen, er halte Maul. Ach man, Leute. Ich hab doch immer so viel Rätsel-Spaß. Eigentlich ja, ne? Hier kannst du Rätsel-Spaß haben. Oh. Dann musst du jetzt, äh, 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 achten. Bäh. Ah, okay. Das müssen wir also. Bäh. Nee, mach das schon. Ich guck mich in der Zeit um. Also, einen Schlüssel finden? Nee, nee. Hier sind überall Skarabeos, siehst du ja. Und jetzt sag ich mal, auf die Platte da unten trittst. Also, einer muss auf der Platte stehen bleiben. Öffnen sich die Kugeln. Dann fang man zu Rätseln. Last, that wasn't supposed to happen. Ah, ja, easy, easy. Immer wenn ihr verstanden, äh, kommt ne Ganglode. Easy, easy. Ich hab's, 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 ich hab's verstanden. Easy. Guckt einfach, was das ist, dass es, dass es eine Zahlen kommen, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nein, lass den das doch mal Rätseln. Ja, dann lass ihn Rätseln. Weißt du, der stand da so, genau, er hatte ich überlegt. Mit seinem überkrassen Brain. Ja, garass ein Brain. Äh, so groß ist das jetzt nicht mehr. Äh, ja, jetzt nicht mehr, ne? So groß. Ey, sorry, dass ich einfach so intelligent bin, dass ich innerhalb von Sekunden mit meinem Superbrain gelöst hab. Äh, genau. Hätte ich auch gleich sagen können. Bis 6 zählen, das ist schon ne Voraussetzung, du. Alter, Mathematik, erste Klasse, 1. Erste Klasse, 1. Erste Klasse, 1. Deutsch, 4. Nils war stets bemüht. Ich dachte, er hat die Zahlen vertauscht. Ja, hat er auch. Ne, tatsächlich. Oh, was hat das denn? Ich bin tot. Was war das? Das hat mich da so krass weggefallen. Hey, Achtung. Junge, der ist auch weggeflogen, Alter. Oh, warte. Ich scheiße auf euch. Ich kann mich selbst wiederbeleben. Natürlich auch. Da unten ist ein Scarabio aus, aber da kann man irgendwie... Ich bin so fucking smart. Ihr seid so dumm. Wow. Alter, das... Jetzt verstehe ich auch, warum das Game tot ist. Die Rätsel sind so easy. Oh, goody, really goody. Ja, die sind so easy, wie das selbst gut zu schaffen. Ja, das ist halt echt so, ne? Deswegen ist das Game tot. Ich... Die Explosion ist immer so ein Norm, ey. Ja, Dennis. Den... Hallo, lass du Dennis mal das Rätsel machen, du Arsch. Ah, ich rette mal einen dann zurück, schnell. Yalla, zurück. Das alte Rätsel. Oh, blummi. Careful, someone doesn't get something locked out of there. I'm running. Gib Sprint, Junge. Nein. Warte. Es ist zu. Oh, danke, dass du aufgemacht hast. Amazing. The extra turn of speed you'll get. Nice. Hast du da wieder durch. Jetzt bewegt dich, du fette Stück. Hier unten ist doch was, Alter. Schnell beeilt euch. Wir müssen alles machen, Alter. Unser Störkind ist nicht da. Unser Störkind ist nicht da. Schnell. Ein Timer? Ja, ein Timer. Okay, was soll ich machen? Ich habe da. Ich denke mal durch da oben. Ich habe da oben. Ja, ein Miau habe ich. Nein. Da, Seite. Ich bin auf der Platte. Ich weiß nicht, was passiert. Jetzt ist der Timer rot. Das war kass. Ich bin auf der Platte. Tic-Tac ist rum. Ich stehe auch auf der Platte. Wir müssen uns alle. Hier, du gehst da hin. Nils, renn mal an mir vorbei. Und dann rechts ist auch eine. Nein. Genau. Und dann da runter. Da ist noch eine Platte. Stell ich da drauf. Ja, guck mal, wie smart ich bin. Und jetzt? Ihr müsst da raufschießen. Ihr müsst da raufschießen. Alter, was würde ich ohne mich tun, Alter? Was würde ich ohne mich tun? Oh, Nils, wir müssen das doch sehr tun, ehrlich. Also manchmal, wirklich, ne? Es gibt so Momente. Also, ich liebe auch. Ich liebe auch die Fresse-Tränen. Ich liebe auch. Das ist im Moment, da möchte ich gerne einen Stuhlwein wegtreten. Was haben wir denn jetzt eigentlich geöffnet? Ja, so ein Tor. Im Durchgang, Jungen. Achso, das war das. Achso. Das war das Hauptziel. Das war das Krasse-Raisel. Alter, nämlich Dutton ist eigentlich scheiße auf das andere, ey. Ravishingly Rich Reign. Oh, ne, Tua, Alter. Gebt halt dein Geld. Hörnt euch mal diese Mucke. Oh, guck mal, Leute. Uns fehlt, glaube ich, noch eine BAM. Und noch einer. Komm, sieh mal wegschlagen. Ja, klar. Ach ja, klar. Aber du hast ihn einfach einfach gekickt. Putz. Putz. Ich kann ihn einfach wegkicken. Putz. Junge. Putz. Oh, nein. Putz. Putz. Das sieht schöner aus als da oben. Der ist aber geflogen. Ey, ich kann mal wegtreten. Putz. Putz. Braucht gar keine Munition mehr. Ich glaube, ich mach immer wieder ein bisschen heil. Tut das weh? Ja. Ich glaube, es fehlt immer noch eine Katze. Ulrich, neue Hilfe. Ich hab da mal was runtergeschossen. Ist alles okay? Hey, guck mal hier. Hallo. Ich bin hier unten. Kannst du aber dein Headset wieder runterziehen? Dein Mikro, meine? Ah ja. Kann ich machen. Bitte. Was bist du für ein... Blau. Wenn du wüsstest... Du bist anstrengend. Ey, trink mal weniger, Nils. Das krieg ich heute nicht hin. Ja, Alter. Oh, Digga. Digga, ich hab mich heute so gefreut auf die Aufnahmen. Ja, ja, ist doch schön. Wir machen mal hier die... Hallo. Auf eins. Ah, Alter, Jürgen. Nicht kaputschis. Wir brauchen die. Das ist halt echt so. Sorry. Das ist halt so ein paar Jahre auch nicht. Oh, sorry, ey. Wir stehen immer zusammen. Wir sind ein Team. Jetzt auf einmal, ne? Nur gemeinsam sind wir stark. Du bist doch mal der Einzelkämpfer gewesen, rennst du durch die Gegend. Huchzwerge. Ja. So. Ab, Mod. Jetzt ist Ruhe. Okay, das war eine weitere Runde. Strange Brigade. Bisschen durcheinander, bisschen griselt, bisschen geballert, bisschen Explosion. Aber... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Und ein Abo. Wir sind euer Team. Nein. Ciao. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein.